Herzlich willkommen bei einem weiteren Slidecast, diesmal zum Agenturproblem. Was lernen Sie in diesem Slidecast? Erstens wollen wir Ihnen das grundlegende Problem, nämlich das Agenturproblem erläutern und einige grundlegende Begriffe erklären. Zweitens möchten wir die Entscheidungsprozesse bei Agenturproblemen anhand eines Beispiels erläutern und danach darauf aufbauend verallgemeinert die Problematik hinter diesem Agenturproblem zu diskutieren. Worum handelt es sich bei einem Agenturproblem? Agenturprobleme können dann entstehen, wenn zwei Bedingungen gegeben sind. Die erste Bedingung ist, dass Wirtschaftsobjekte Transaktionen durchführen. Unter einer Transaktion versteht man den Handel mit Produkten oder die Weitergabe von Informationen. Zweite Bedingung für die Entstehung eines Agenturproblems ist, dass bei diesen Transaktionen Informationsasymmetrien auftreten. Das heißt, einer der beiden Transaktionspartner mehr weiß als der andere Transaktionspartner. Beispielsweise über die Qualität des gehandelten Produktes, über die Vertragstreue des anderen Transaktionspartners oder dergleichen mehr. In solchen Agenturproblemen ist der prinzipal üblicherweise der schlechter informierte Transaktionspartner der Auftragnehmer in dieser Beziehung ist. Wie kommt es nun konkret zu einem Agenturproblem? Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir nehmen mal Max. Max möchte zum Mittagessen in einem Restaurant speisen und hat auf der Speisekarte ein argentinisches Hüftsteak und einen Burger gefunden, die ihm beide gefallen. Und er fragt sich, welches dieser beiden Produkte seine Bedürfnisse wohl besser befriedigt, beziehungsweise welches dieser beiden Produkte eine bessere Qualität aufweist. Er ist also schlecht informiert über die Qualität der Produkte. Da haben wir die Kellnerin, die die Zubereitung dieser beiden Produkte meinetwegen auch, wo sie eingekauft werden und dergleichen mehr, besser kennt. Also besser informiert ist über die Qualität der Produkte. Man könnte also sagen, dass Max in diesem Sinne der Prinzipal ist, während die Kellnerin die Agentin ist. Max fragt nun die Kellnerin, welche der beiden Produkte besser ist, welche über eine höhere Qualität verfügt. Und die Kellnerin überlegt nun und sie weiß, dass eigentlich der Burger besser ist, weil seine Rohstoffe aus biologischem Anbau kommen. Und das ist vielleicht bei dem Hüftsteak nicht der Fall. Wenn sie ihn also richtig informieren wollte, müsste sie ihm den Burger empfehlen. Allerdings überlegt sie nun, dass das Hüftsteak auf der Karte 16,50 Euro kostet und vermutet, dass Max ihr ein Trinkgeld von 10% geben wird, sie ein Trinkgeld von 1,65 bekommt. Der Burger allerdings kostet auf der Karte 9 Euro, sodass ihr Trinkgeld nur 90 Cent betragen wird. Welche Entscheidung wird sie nun treffen? Was empfiehlt sie, Max? Das Agenturproblem behauptet, dass die Kellnerin einen Anreiz hat, Max entgegen besseren Wissens das Hüftsteak zu empfehlen, weil das ihre eigene Bedürfnisbefriedigung besser werden lässt. Das bedeutet also, dass die Kellnerin in diesem Agenturproblem sich opportunistisch verhält. Unter Opportunismus verstehen wir in der Agenturproblematik das Ausnutzen des Informationsvorsprungs zum eigenen Vorteil. Das tut die Kellnerin hier. Und zwar unter Verwendung von List, Lüge, Täuschung und Tücke. Und das tut die Kellnerin hier auch, denn sie belügt Max, weil sie behauptet, dass das Hüftsteak besser ist, obwohl sie weiß, dass das nicht stimmt. Verallgemeinern wir die Problematik, dann sehen wir, wir haben in einer einfachen Agenturbeziehung einen Prinzipal, der ist in der Regel der schlechter Informierte. Wir haben einen Agenten, der ist der besser Informierte. Diese beiden führen eine Transaktion durch, das heißt, der Prinzipal beauftragt den Agenten, etwas für ihn zu tun. Der Agent erfüllt diesen Auftrag, er leistet. Das an sich wäre noch kein Problem. Das an sich ist eine einfache Agenturbeziehung, die erst dann zu einem Problem wird, wenn asymmetrische Informationen vorherrschen. Denn beide Transaktionspartner verfolgen ihre eigene Bedürfnisbefriedigung, versuchen ihren Nutzen zu maximieren. U steht in der Volkswirtschaftslehre häufig für Nutzen. Und wenn das zusammen mit asymmetrischen Informationen zusammenkommt, dann entsteht das Agenturproblem. Dann führen nämlich diese asymmetrischen Informationen zu Anreizen für den Besserinformierten, also für den Agenten, seinen eigenen Nutzen zu verfolgen auf Kosten des Nutzens des Prinzipals. In der Realität finden Sie viele Agenturprobleme. Wenn Sie nur allein die Beziehungen zwischen den Aktionären und dem Geschäftsführer des Unternehmens betrachten, dann sehen Sie, dass der Geschäftsführer einen Informationsvorsprung gegenüber den Prinzipalen seines Unternehmens hat. Eigentlich gemäß seines Vertrages im Sinne der Prinzipale, also der Eigentümer, der Aktionäre handeln sollte, also den Gewinn des Unternehmens maximieren. Aber manchmal eben Anreize hat, sich zu seinem eigenen Vorteil zu verhalten, statt im Sinne der Prinzipale. Viele Beispiele aus der aktuellen Wirtschaft zeigen Ihnen, dass das in der Realität tatsächlich gegeben ist. Auch bei Ihrer Beziehung zwischen Ihrem Vorgesetzten und Ihnen können solche Agenturprobleme auftreten. Ihr Vorgesetzter beauftragt Sie, freitags, nachmittags noch schnell eine Rechnung fertig zu machen, hat aber Informationsasymmetrien, nur weil er nicht genau beobachten kann, ob Sie das auch wirklich tun. Er beauftragt Sie mit einer effizienten Problemlösung, aber es herrschen eben Informationsunvollkommenheiten vor. Sie könnten beispielsweise während der Rechnungserstellung ein wenig die Zeit schludern lassen oder nebenher im Internet surfen, was eigentlich gemäß des Auftrags, gemäß der Transaktion nicht so gedacht ist. Ähnliche Agenturprobleme treten zwischen Einkäufer und Lieferanten auf. Auch hier hat der Lieferant einen Anreiz, gegen die Transaktion und gegen den Prinzipal zu handeln. Was haben Sie gelernt? Erstens, Agenturprobleme können entstehen, wenn Transaktionen durchgeführt werden und bei diesen Transaktionen Informationsasymmetrien vorliegen. Zweitens, der Prinzipal ist bei solchen Transaktionen häufig der schlechter informierte Transaktionspartner, er ist der Auftraggeber, der Agent ist in solchen Transaktionen in der Regel der besser informierte Transaktionspartner und der Auftragnehmer und das Agenturproblem selbst ist die Situation, dass durch die Informationsasymmetrien der Agent einen Anreiz hat, sich gegen die Transaktionsbeziehung, gegen den Prinzipal zu entscheiden, sich also opportunistisch zu verhalten und seinen eigenen Vorteil zu suchen. Das war es zum Agenturproblem. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Studium. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrem Studium.